Ich würde mal dann sagen, wir sind genau 5 Tage vor der Free Agency, oder wie viele Tage hat der Juni? Warte, Januar, Februar, Mai, Juni, 30, 30 Tage hat der Juni, das heißt, wir sind 4 Tage vor der Free Agency, Freitag geht's los, wenn ihr es hört, geht's sogar noch 2 Tage und dann geht's los, wir sind am Sonntagabend am Aufnehmen. Ja, die Free Agency, für alle, ganz schnell nochmal, für alle, die neu in der NBA sind, Free Agency ist wie, wenn die Saison in der NBA, im Fußball vorbei ist, es geht um die freien Spieler, die von Verein frei, ohne ein Trade Asset geholt werden können, unter den Free Agents sind zum Beispiel Kyrie Irving, wenn er seine Option nicht zieht, Bradley Beal hat schon gesagt, er zieht sie nicht, er ist ein Free Agent, Zach Levine ist ein Free Agent, DeAndre Ayton, wird ein Restricted Free Agent sein, alle Spieler, die von anderen Mannschaften gepickt werden können, aber das Geile an dieser Free Agency ist immer, durch diese ganzen freien Spieler entstehen aber auch viele, viele Trade Gerüchte. Ich weiß, viele haben uns ein Bild geschickt, KD zu Portland, PJ Tucker nach Philly, aber ich würde mal direkt mit Kyrie Irving anfangen. Wir müssen auch mit Kyrie Irving anfangen, weil er ist so der erste Stein, wir haben es letzte Woche ein bisschen angesprochen, aber er könnte ein Spieler sein, der halt den ganzen Sommer durcheinander wirken könnte. Genau, also wenn sein Stein fällt, boah, dann wird vieles passieren. Er hat eine Player Option, 36,9 Millionen. Ob er die nicht pickt, ist halt die Frage. Ich würde es auf jeden Fall nehmen. Würdest du sie ziehen? Ich würde sie nicht ziehen. Man darf nicht vergessen, er hat letzte Saison, weil er halt so viel gefehlt hat, auch, ich glaube, ich weiß nicht, ob er Strafen bekommen hat, auf jeden Fall hat er nicht seinen Ganztaggehalt bekommen. Ja, nur die Hälfte. Für die Hälfte der Spieler hat er Geld bekommen. Ja, er hat nicht so, er hat die Hälfte der Stunden gearbeitet. Und am Ende noch so 10, 15 Spiele konnte er noch spielen, weil dieses Ding aufgehoben wurde, ja. Genau, also das ist halt die Frage aus seiner Sicht. Niemand hat das eigentlich erwartet, weil man dachte, okay, er nimmt diese Player Option. Ja, ja. Aber er könnte natürlich auch jetzt einfach so gehen, er könnte die Player Option ablehnen, decline, und dann als Free Agent machen. Ja, den Markt austesten. Was würdest du machen, wenn du er wärst? Wenn ich er wäre, ich würde bleiben. Für 36, ich glaube, ich würde sogar die nicht ziehen, weil, ich kann es sagen, ganz ehrlich, Kyrie hat auch ein bisschen Leverage. Weil wenn er jetzt geht, verliert ihm Brooklyn für nichts. Die kriegen nichts. Ja, die kriegen nichts. Natürlich könnten die eventuell einen seinen Trade machen, deswegen hat er jetzt seine Teams. Und am Ende des Tages, egal wie sehr wir uns über Kyries Sachen aufgeregt haben, die über die Saison gelaufen sind, egal wie sehr sich Brooklyn über ihn aufgeregt haben, Kyrie Irving ist ein Baller. Kyrie Irving ist ein Baller. Er ist locker flocklich ein Top-5-Point-Guard in der NBA. Ich kann keine 5-Point-Gards aufziehen, die besser sind als Kyrie Irving in der NBA. Ist auch gut. Und genau das wird der Grund sein, warum er bezahlt wird. So oder so. Egal wie wir es drehen und wenden. Er wird vielleicht nicht so krass bezahlt, weil sich vielleicht nicht alle Mannschaften trauen. Aber wäre ich Brooklyn, würde ich das ganze Projekt auf gar keinen Fall aufgeben. Ich würde Kyrie sagen, ey, wir verlängern dich. Vielleicht wollen wir einfach nur von dir ein paar feste Zusagen, dass du nicht einfach sagst, ey, ich spiele nicht. Ich komme nicht wegen dieser und dieser Sache. Ich komme nicht wegen dieser und dieser Sache. Die Impfsache hat sich geklärt. Da war es Brooklyn sein Standpunkt. Ich werde mich nicht impfen. Das ist ganz einfach. Das finde ich auch ganz klar kommuniziert. Aber es geht um weitere Sachen. Er ist ja jetzt schon die Saison davor. Ich würde auch mal ausgefallen. Ja, aber er muss auch ein bisschen an sein Legacy denken, ne? Kommt auch mal. Wir haben ja darüber geredet. Deswegen ist es eigentlich eine Überraschung, wenn niemand damit gerechnet hat. Guck mal, er war in Cleveland. Dann wollte er weg, weil er Number One Guy sein wollte. Hat dann aber auch gesagt, ey, ich habe selber gemerkt, ey. Ja, ist dann nach Boston gegangen dafür. Dann hatte er keinen Bock mehr auf Boston. Ist zu Brooklyn mit KD. Er ist da natürlich auch nicht der Number One Guy, sondern KD. Dann kam dem Zaden dazu noch. Ja. Du hast dich verletzt. Das hat nicht geklappt. Eigentlich sollte es das Team in der NBA sein, was zu schlagen gilt. Wie war unser Gedanke als James Harden gedacht? Wir haben gesagt, Lakers, Nets, so, Finals. Fertig. Auf easy. Und guck mal, wo beide Mannschaften jetzt sind. Auf Papier. Deswegen sagt man immer diese Aussage auf Papier. Also wie gesagt, er hat ja seine Teams genannt. Lakers, Clippers, Knicks, Miami, Philly. Da war noch eins, glaube ich, ne? War das fünf oder sechs? Lakers, Nets, äh, Lakers, Philly. Lakers, Clippers, Philly, Miami. Da war noch ein Team. Das waren fünf Teams. Das weiß ich auf jeden Fall. Ich gucke mal gleich nach. Aber da war auf jeden Fall fünf Teams. Ja, aber guck mal. Nix. Er passt überall rein. Natürlich passt er überall rein, ne? Guck mal, ich als Clippers-Fan, ich würde davon absehen. Ich liebe ihn. Also das wäre brutal natürlich. Ja. Das möglich zu machen aus Clippers Sicht jetzt, das wäre fast unmöglich. Weil du einfach deine halbe Mannschaft abgeben müsstest. Dallas ist auch dabei. In einem seinen Trade, meinst du. Dallas ist dabei, glaube ich. Natürlich, wenn er deklaien würde, sofort. Ja, aber die Frage ist halt, guck mal, ein Trade macht für, ähm, für, äh, ganz schnell die Teams, die er gesagt hat, sind Lakers, Clippers, Nicks, Heat, Mavs und 77. Sixers, die sechs Teams, ja. Und, uh, bei Dallas? Dallas wäre auch cool mit Luka Doncic, sehr, sehr cool. Aber, die, guck mal, die, eigentlich, ne, eigentlich, wenn wir jetzt rückblickend gucken, ne, das einzige Problem war die Impfsache, dass er deswegen nicht spielen konnte. Davor ist er zwar mal ausgefallen, weil er gesagt hat, familiäre Sachen oder so, aber er war ja da. Ja, aber er war ja da an sich. Die Erde ist wach. Ja, 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 genau. Gab einiges, so, bei ihm. Aber er hat ja nicht spielt, das meine ich. Das hat ja in seiner Leistung in dem Sinne nichts geändert. Ja, auf den, was das angeht, halt Verletzung, ne, aber das kann er ja, da kann er nichts für. Aber, wenn du als Owner sagst, guck mal, eigentlich ist er immer da, nur, wir müssen irgendwie hinkriegen, dass die Tage, wo er auf einmal sagt, familiär ist oder so, vielleicht klärst du das mit ihm ab. Ich würde nicht für ihn traden. Ich würde nicht, ich würde keinen Sign-and-Trade eingehen mit ihm. Okay, werde Free Agent und dann reden wir. So. Also, er kann einfach ablehnen und dann wird er Free Agent und dann kann ich ihn so holen. Warum sollte ich meine halbe Mannschaft... Aber weißt du, was ich am Ende glaube? Alles Hokus-Pokus. Brooklyn wird ihm einen neuen Vier-Jahres-Vertrag geben, über mehrere Jahre und er wird mit KD nächste Saison wieder angreifen, Ben Simmons ist da. Die Mannschaft ist ja an sich intakt, sie braucht nur ein bisschen mehr Defense, ein bisschen mehr Länge und dann sollte das auch schon wieder klappen. Ich glaube halt, alles jetzt drumherum ist ein bisschen viel Mediengelaber auch, ne? Viel, ey, die wollen ihn, die wollen ihn, die wollen ihn. Die Lakers würden ihn natürlich im Kusshand nehmen, aber wer will Russ? Das ist ja dann wieder eine andere Geschichte, der Name fällt ja auch die ganze Zeit mit ihm zusammen, ne? Russell Westbrook, wohin mit ihm? Leider ist die Folge zu Ende. Wenn du die alten Videos sehen willst, dann klick hier oder hier.